Moin moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglist-Modus. Da oben gibt es Magia Double Login genommen, also wird es entweder mit Kingpins oder mit Graplords. Wir nehmen Fiesta. Ja, 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 okay, verstehe. Wir nehmen ihn mit. Das auf keinen Fall. Und dann können wir mit dem Hauler oder mit ihm arbeiten. Hmm. Ich glaube, wir nehmen erst mal ihn. So, auf entspannt. Ich habe das schon mitbekommen. Du willst, dass ich trotz Fiesta mehr baue. Damit er den Eilig abkackt. Habt ihr das schon verstanden? Hehehe. Wer denn? Oh, Kack, hätte ich mir noch Schnecke richtig viel reißen können. Schade, schade, schade. Chance verpasst. Aber es kann gut sein, dass er Fiesta hat. Ah, so, wir machen jetzt. 160. Hast mal ein paar Köter hin. Die ging noch raus, oder? Nee. Ging nicht mehr raus. Da ist er. Hm, 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 hm. Hat gereicht. Aber ich steuere Fiesta. Aber wenn es bis zum Kingdrosch kommt, dann war es Kacke. Manahos, noch ein Köter. Mehr Köter brauche ich jetzt aber nicht. Ich muss die aufwerten, damit sie gut sind. Und jetzt, wenn er dann das überstanden hat, kann ich auch endlich meine Locker pushen. So wie es der Plan ist. Oh, Junge. Das war close. Aber es ist einfach nur wichtig, dass ich halte. Und ich noch was durchlasse. Robo kann man schicken. Jetzt geht's auf Worker. Er wird lange halten. Ich brauche jetzt genug, damit ich noch einmal noch ausbauen kann. Das kriege ich hin. Wenn überhaupt. Eigentlich will ich verkacken. Ja, Milo. Den schicke ich auf Gelb. Mal noch, was steht. Gucken wir mal, was noch rausgeht. Wahrscheinlich viele Worker. Das wäre nicht so weit oben. Zwei von den Wüstenpilgern. Ich bin hier auf den Worker. Sehr gut. Ich komme auch durch. Oder? Die Arsch, denke. Hier war es nicht so fett. Und das ist auch super. Ich bin bei Fiesta mal ein bisschen Geld abgreifen kann. Ich bin bei Fiesta mal ein bisschen Geld. Ihr seht hier einen Wanderer in den Split. Und der reicht. Der verstärkt die für fünf Piepen. doch mal mehr gold hat als ich nehmen wir mal nicht mit meine hau noch kacke sind auf auf der 6 auf der 7 und auf der 8 gucke ich dass ich dann lieber noch mal noch aus hinstelle oder so oder die gett in kann gett in kann ja gut wenn die steht dann steht wo ich hier in stelle exe noch mit raus zur noten schnecke ich glaube die exe kommt noch drei woher gehen ich halte das ich kann für ihn ein bisschen blocken das ist gar nicht verkehrt kommt endlich ab du scheiße schon quatsch es ist doch nicht vorher bei wenigstens pack die los dauer und hier geht es auch zum king wir haben ein bisschen mehr dazu gewonnen das kostet 190 das haben wir nicht deswegen brauchen wir zwei neue hin ich könnte auch statt gegen angriff magia nehmen und hier vorne mit fürst des todes arbeiten das geht auch schau mal wie sie es hier anbietet die hat aber erst frisch gebaut auf jeden fall zwei wochen mit junger ist stark gerade in den frühen waves machen das mal so ein bisschen fernkämpfer reinschicken damit der jünger die nicht platt macht ich hatte ich mein von den kültern auf 77 guck mal ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle leider nicht schnell rausgekommen kacke hat ein crapload noch geholt aber jetzt da drüben schießen müssen sehr gut geht schon die backline rein hier links sauen also hier in nummer eins nummer zwei der jünger macht hat ordentlich arbeiten sehr schön beide durchgekommen die haben nur regeneration aufgewertet und die kohle die dann uns der großvater gibt sofort in bürger umwandeln das können wir ganz gut nutzen gut raus zur not noch robo das ist so die alternative ja gut raus sehr schön aufwertung habe ich mir schon fast gedacht zack das ist egal der hat geld benutzt um den zu verstärken und er hat es nicht geschafft das ist super stark ich nehme den magier mit machen den zum magier dass wir dann dass wir dann was des todes hinpacken können wir machen erstmal den zum dark mage und da auf dem walker und da auf dem walker was wir schicken grab lords und das hexen wir an gut guck mal vielleicht krieg ich den centaur raus aber knapp dann die hexe mehr gettling bauer ja trotz fiesta verkackt einfach nicht ich habe auch den mag ja genommen also alles gut kann man den noch mit rein kanonieren sollte auf jeden fall gut funktionieren hexer kanonieren das sollte schon was bringen oder rechts ist schon dauernd links ist auch gleich staun links war übel schnell davon jawohl ich denke mal wir sollten uns den king kümmern weil wenn wir jetzt einmal fett liegen dann ist schluss haben sie einen guten vorteil rausgeholt das ist das schön das gut aber müssen jetzt übertreiben ist ganz schnell feierabend und das wollen wir nicht riskieren gerade jetzt wo wir vertreiben können wir den king natürlich innerhalb von kürzester zeit voll machen keine schlechte einheiten muss man schon sagen jetzt haben wir den king aufgewertet das heißt verkacken können wir hier auf keinen fall da wird wahrscheinlich so gehalten und ich werde es nicht schaffen auch hier auch bei ihm ist knapp ja schafft er nicht aber es ist nicht so viel durchgekommen dass wir verkacken würden die aufwertung war ein guter call und sehr wichtig so wir machen hier den letzten fluss des todes hin und dann muss ich dringend einheiten aufwerten wahrscheinlich nächste runde der forst des todes zum hades jeder magier ist schon nicht schlecht der magier buff jetzt laufwertung gemacht king ist voll auf 16 hau auf jeden fall exa und weil es das gegessen starcaller crapload das spielen halt auch immer noch leute na kann man nicht mal aufwerten hier ihn könnte ich aufwerten das bringt mir aber nix ja ich habe auch 320 drohen da das ist aber nicht so schlimm ich bin der feste überzeugt auch wenn die jetzt schicken kann man nicht ab und nächste runde schauen wir mal das weiß ich auch nicht ja durch hartes fürst des todes bin ich gut dabei was den schaden angeht sterben sollten auf keinen fall vielleicht hat die sogar noch aus jawohl noch mal zwei drachen sehr gut ich halte ich halte alles richtig stark richtig stark da bin ich dran kann oder aufwert könnten noch ein zentral reinpacken ja weil der ist gerade auch wichtig für die kreplords die aufgewerteten kreplords und für den fürst des todes der macht ja auch noch platt gerade durch den split das links und rechts eine am start ja kommt es ging kondition das schaffe ich muss gar nicht gucken interessant ist eher das hier weil die hexe ist hier drüben der anderen seite wo sie nicht hin sollte und die schützen ja alle auf schlitz 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 das ist das drache tot drastisch tot ist tot ich glaube das war es noch nicht ok so wir müssen jetzt auf jeden fall ja die aufwerten ist nicht schlecht und die kürtel mal aufwerten stellen am besten noch mal so einen hin den können wir auch mitnehmen ich weiß nicht ich bin mir nicht sicher ich glaube wir sollten jetzt schicken aber bei ihm braucht man viele stichschaden mir ist im prinzip ja egal weil ich alles mitschicken kann fünf piepen habe ich noch was schicken wir denn da viel magischer schaden kragen wahrscheinlich ist auch noch mega hier ist aufgebaut die zwei kragen vor eis irgendwie sowas natürlich hexen geholt das letzte geht da und jawohl sehr gut einiges durchgelassen das werde ich nicht komplett blocken können weiß nicht ob kragen bei dir so gut gewesen wäre vielleicht andere sachen mehr sind gemacht so wir brauchen stich schaden und ja die kämpfen ganz sind da schon super dabei deswegen werden wir einfach noch mehr davon bauen könnte ein wolf aufwerten keine hexe kriegt natürlich nicht mehr hin also ich glaube es nicht gucken was so raus geht pack einfach alles rein kratz und nicht die hexe gegen einen einen befehlungen kragen hatte ich lange gehalten ich darf keine lokoma bauen ich muss blocken ich komme nicht durch fernkampf raps sind kacke gegen t jetzt werden wir hier mal ein bisschen upgraden dann müsste man nicht mehr dafür reicht es nicht dann aber bei neuen dann müssen wir versuchen auf 21 aber fernkampf raps sind wirklich kacke gegen craploads das merke ich mir dass das überhaupt keinen Sinn macht. Guck mal, wenn ich jetzt schicke, schicke ich mal vielleicht auf 22 erst. Shit. 1200. Ah, die Vulkan-Kanonen machen schon gute Arbeit. Okay, hat schon geschickt. Gibt mir noch zwei Lockerhaus. Die werden mega Locker haben. Im Vergleich zu uns. Davon bin ich überzeugt. Scheiße auf die Hexen. Die Zentaurer sind die Wichtigen. Schauen wir mal. Wird wahrscheinlich unsere letzte Chance sein. Holy shit. So viele Nimbos und Mantas. Was bisher erst mal da sind, dauert es schon 100 Jahre. Halt immer wieder neue von diesen scheiß Krabben kommen. Ich komme nicht durch. Es war zu wenig. Wir hätten den nächsten Wave schicken sollen. Wir müssen jetzt reinballern. Das ist nämlich die nächste Wave, sind wir nämlich tot. Nein, rein. Wir kacken eh ab. Holy shit, der ist immer noch drüber. Ja. Schade, 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 schade. Die hätten jetzt schicken sollen in der Wave. Wir hatten nicht genug dafür zusammen gesammelt. Zu wenig Worker, noch falsche Wrave gesendet. Aber es war trotzdem keine schlechte Runde, muss man sagen. War gut dabei. Kann man sich nicht beschweren. Fuck out. Ja, es war eine Weile ohne Legion. Es war doch gerne bei Ahnung, wie ist es vorbei. Gibt es gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannt Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.